Ja, hallo, hi, ich freue mich, heute ein bisschen was erzählen zu können, hier in Hamburg-Wilhelmsburg. Mein Name ist Henning Jeschke, ich habe im Hungerstreik mit anderen zusammen vor der Bundestagswahl versucht, auf die Klimakatastrophe aufmerksam zu machen und auch auf das politische Versagen im Zuge dessen. Ich vermute, viele von euch haben vom Hungerstreik mitbekommen. Und ja, 21 Jahre alt, eigentlich dachte ich mal, ich studiere ganz gemütlich Politikwissenschaft in Lüneburg und habe dann aber gemerkt, dass ich das gerade nicht schaffe, in diesen Momenten zu studieren, für einen Abschluss, für eine weitere Forschung, während gleichzeitig wir uns in dieser Situation befinden. Und ja, heiße ich euch herzlich willkommen. Wir wollen hier im Vortrag zum Aufstand der letzten Generation was erzählen, aber zuerst, genau, kann es so ein bisschen vielleicht darum gehen, der Hungerstreik, der der erste Teil war, wo eine Gruppe gesagt hat, das kann nicht mehr weitergehen, diese Ignoranz, der ist ja nicht entstanden, weil Leute wirklich sich überlegt haben, wir haben jetzt hier irgendwie Lust, nichts zu essen. Also was ist die Motivation, warum gehen junge Menschen in Hungerstreik? Wir haben eigentlich alles zur Verfügung bei uns. Essen, trinken, en masse zur Genüge. Warum gehen Menschen in Hungerstreik? Und da bin ich mir sicher, dass ganz viele schon wissen, die Klimakatastrophe ist ein richtiges Problem und dass es dann vielleicht sogar so ein, ja, jetzt geht es irgendwie wieder, ja, ich weiß doch eigentlich auch schon und es ist auch ein bisschen unangenehm, sich damit auseinanderzusetzen. Aber ich glaube, um zu verstehen, jetzt gerade in der Situation, warum Leute in Hungerstreik gehen und warum Leute auch weitere Aktionen machen und auch um zu verstehen, wo wir uns gerade befinden, was gerade Realität ist, was ja passiert, ob wir uns damit beschäftigen oder nicht, müssen wir doch nochmal drauf schauen, müssen wir uns nochmal so ein bisschen in die Zone, so nenne ich das manchmal, begeben, davon anzugucken, was gerade los ist. Und während dort also ein halbes Dutzend junger Menschen im Hungerstreik im Regierungsviertel in Berlin war, um darauf aufmerksam zu machen, dass wir den Klimanotstand einfach nicht ernst nehmen in seiner Ernsthaftigkeit, sind in Madagaskar 400.000 Menschen direkt vom Hungerstod bedroht. Und das als direkte Folge der Erdüberhitzung. Also als Folge davon, dass wir und unser fossiles System so über Jahrzehnte ganz fleißig Treibhausgas in der Atmosphäre emittiert hat. Und es ist auch bei uns ja hinlänglich bekannt, irgendwie die Klimakatastrophe ist auf den Covern im Spiegel schon vor Jahrzehnten gewesen. Man kann sich die Tagesschau-Formate nochmal anschauen, wie berichtet wird von vor Jahrzehnten. Und jetzt schwappt es so langsam vielleicht hier auch rein, dass es mehr spürbar wird. Wir hatten die Flutkatastrophen, hunderte Menschen tot, viele haben ihre Häuser verloren, also hier in NRW, auch in Deutschland, kam es dann so ein bisschen irgendwie spürbarer an. So natürlich auch mit den Dürren in Jahren davor. Und das alles, was wir jetzt gerade schon erleben, das passiert bei etwa 1,2 Grad durchschnittlicher Erderhitzung. Und wir sind, also 1,25 etwa, man kann also schon auf 1,3 Runden so dazwischen, sind wir gerade viel in Gesprächen dann dabei zu hören, 1,5 Grad. Darum geht es irgendwie, 1,5 Grad, darauf wollen wir es begrenzen. Und das wurde 2015 in Paris im Klimaabkommen, wissen viele von Ihnen sicherlich festgeschrieben, völkerrechtlich, man möchte, dass die Erderhitzung begrenzt wird, auf deutlich unter 2 Grad, möglichst auf 1,5 Grad. Und diese 1,5 Grad, die werden wir sicher reißen. Das wird noch im Laufe dieses Jahrzehnts als Grenze überschritten. Und wenn man sich die, wenn man sich einen Artikel vor drei Monaten etwa sei rausgekommen, anschaut, in The Conversation, wo drei Top-Wissenschaftler aus dem Klimabereich bringen, zusammen, 80 Jahre Erfahrung zusammen, und die sprechen darüber, wie in den letzten Jahrzehnten eben auch in der Klimawissenschaft ja eigentlich vielleicht auch Fehler gemacht wurden, irgendeine Kommunikation. Und dass 2015, also zur Zeit des Pariser Klimaabkommens, das Zitat hat mich schockiert, man Ihnen kein einziger Klimawissenschaftler einfällt, den Sie nennen könnten, der damals daran glaubt, dass 1,5 Grad überhaupt machbar sind. Noch. Also, alle in der Community, dort konnten wir schon sagen, auch in einem Taz-Interview hat das Schellenhuber vor einigen Tagen nochmal bestätigt, 1,5 Grad, das ist gar nicht mehr machbar, aber niemand hat es so klar ausgesprochen damals. Man liest es jetzt, sechs Jahre später, in den Artikeln. Und, ja, dann fragt man irgendwie der nächste Schritt, ja, woran liegt das denn, dass das da nicht gesagt wurde? Wir schreiten seit Jahren, wenn man sich das anschaut, auf dem Worst, Case-Szenario-Pfad in der Klimaentwicklung, warum spricht das keiner aus, dass da 1,5 Grad, überall, die ganze Klimabewegung redet seit Jahren von 1,5 Grad, dass das eigentlich als solches nicht zu schaffen ist und dass wir über ganz andere Gradzahlen reden müssen, auf die wir gerade zurasen. Und, dann muss man sich halt anschauen, dann ist die Antwort, naja, schauen Sie mal, ich vermute, sagen dann die Klimawissenschaftler, ich vermute, es liegt wohl daran, dass wir alle relativ weiß privilegierte ältere Männer gut situiert, und es hat einfach keiner von uns Lust, da die Party zu versauen, also wirklich den Inselstaaten zu sagen, ihr seid Vergangenheit, vorbei, over, das ist eine unangenehme Sache, das auszusprechen, genauso wie das anzunehmen. Und, dann, schauen wir uns von da an, von da aus weiter an, sagen, es sind ganz interessante Dinge zu sehen, wenn man sich gerade anschaut, was Leute sagen, die nicht mehr in ihrer Rolle sind, die sie als Klimawissenschaftler in Institutionen mal hatten. Zum Beispiel Sir David King, der war ehemals Top-Berater der britischen Regierung in Klimafragen, also einer so der fünf Top-Wissenschaftler in Großbritannien, Großbritannien, und der spricht davon, ich zitiere, wenn ich gefragt werde, nach einem Budget, dann kann ich nur sagen, wir haben keines mehr, es gibt kein Budget mehr. Wir haben schon zu viel verbrannt, zu viel ausgestoßen, und wir müssen den Rückwärtsgang einlegen. We need to go into reverse. Also diese Idee von, wir haben ja noch ein Budget, und das schaffen wir noch, die ist ja ganz eng gekoppelt damit, damit, dass in all den Berichten, in denen die Budgets vorgelegt sind, immer mitgerechnet wird, wir hätten Technologien, mit denen wir das dann massenhaft aus der Atmosphäre bestimmt rausziehen können, das CO2, die es aber bis zum heutigen Punkt in der Größe gar nicht gibt. Also diese Technologien als Hoffnungsmittel einzusetzen, dafür, dass wir noch ein bisschen gemütlicher, langsamer den Wandel machen müssen, das ist natürlich fatal. Fatal. Und Sir David King spricht außerdem davon, ich sage das Zitat mal zuerst auf Englisch und übersetzt dann, also, What we do in the next three to four years, I believe, will determine the future of humanity. Ich glaube, was wir in den nächsten drei bis vier Jahren tun, wird die Zukunft der Menschheit bestimmen, wird darüber entscheiden. Und was bedeutet das, die Zukunft der Menschheit? Das ist natürlich ein ziemlich abstrakter Begriff. Drei bis vier Jahre. Was das bedeutet, sieht man, wenn man sich die Berechnung anschaut, was dann tatsächlich auf der Erde an Folgen kommen, wenn wir von so etwas wie Zweigraderwärmung dann ausgehen auf unserem Planeten. Und da müssen wir uns anschauen, die Zweigraderwärmung, die sind über den ganzen Globus gerechnet. Und der Erdball ist, die Erdoberfläche ist zu 70, zu über 70 Prozent von Wasser bedeckt, wie wir wissen. Und da leben ja aber gar keine Menschen. Also die eigentlich relevante Temperaturerhöhung ist die über den Landflächen. Und wenn man nicht die gesamte nimmt, zwei Grad insgesamt, sondern nur die über den Landflächen, dann kommt man, weil die Ozeane sich viel langsamer erhitzen, viel noch auch kühlen, auf sieben Grad Erhitzung. Wenn der gesamte Planet sich um zwei Grad erhitzt hat, sind es über den Landflächen durchschnittliche Siebengrad Erhitzung. Das bedeutet natürlich an krassen Tagen 10 Grad, 15 Grad im kontinentalen Klima Extremtemperaturen. Und es gibt eine Studie, ich will gar nicht so viel mit wissenschaftlichen Fakten einem nach dem anderen hinterherhauen, aber nur, dass wir uns einmal bewusst machen, unsere Sensorik richtig kriegen dafür, was das bedeutet. In der Studie Future of the Human Niche, also die Zukunft, die Nische, die die Menschheit in Zukunft noch hat, wo können denn Menschen noch leben, auf welchen Landflächen, nur noch um die Pole, oder wie verändern sich die Lebensbedingungen, da wird davon gesprochen, dass es momentan 0,8% der Landoberfläche gibt, in denen so unwirtliche Bedingungen herrschen, der Unbewohnbarkeit, weil es viel zu heiß ist für viele Monate im Jahr, das sind so Gebiete wie die Sahara, und dass diese sich ausdehnen werden von 0,8% momentan auf 20% der Erdoberfläche und in diesen Gebieten, die da betroffen sind, leben momentan 3,5 Milliarden Menschen. So, also 3 bis 4 Jahre werden die Zukunft der Menschheit entscheiden und wir erleben schon bei diesen Veränderungen von 2 Grad erleben wir eine Todeszone rund um den Äquator und diese 3,5 Milliarden Menschen, die sind ja nicht einfach im luftleeren Raum, die sind ja nicht einfach so, ja okay, dann ziehe ich vielleicht mal ans andere Ende der Welt, sondern was da passieren wird, das sieht man, wenn man sich jetzt anschaut, was passiert, wenn Staaten, wenn Gesellschaften unter extrem Druck geraten. Das sieht man, wenn man sich anschaut, 2011 in Syrien, der Konflikt, der dort war, der ist natürlich ein politischer Konflikt, Spannungen, die in der Luft hängen, aber wodurch ist er ausgelöst worden? Das sind 3 Jahre Missernten in Folge, das sind 2011, in diesem Jahr, ein Verlust von 75% der landwirtschaftlichen Erzeugnisse, 80% der Viehbestände und das bedeutet einen Bürgerkrieg, der dort ausbricht und in Folge dessen, nur an dem Beispiel mal geblieben, eben 5 Millionen Menschen, die fliehen und auch noch in den Jahren danach, Hunderttausende von Morden, von Toten dort in der Region, Hunderttausende von Menschen, die dort im Elend eben um die Ressourcen kämpfen, die versuchen, ja, auf der Flucht irgendwie ihr Überleben zu sichern und das waren noch 5 Millionen, also das sind, wenn 3,5 Milliarden Menschen betroffen sein werden, Völkerwanderung biblischen Ausmaßes und dass letztendlich ja, eine Vernichtung des Lebensraums dieser Menschen bedeutet, dass wir auch ein Massensterben erleben werden. An der Hitze, wenn Menschen nicht mehr über das Schwitzen Temperatur verlieren können, weil es einfach zu heiß und luftfeucht auf einmal ist, der Feuchtkugel-Effekt, dann kann man nicht mehr über das Schwitzen sich runterkühlen oder eben, weil man einfach keine Nahrung mehr anbauen kann, wenn es mehrere Monate im Jahr so heiß ist, weil man sich um die Ressourcen, die dann eng werden, streitet. Und ja, an diesem Punkt kann man irgendwie überlegen, wir haben schon oft als Menschheit in unserer Geschichte heftigstes Leid erlebt. Wir haben massenhafte Kriege erlebt, wir haben erlebt wie Krankheiten Millionen von Menschen innerhalb kürzester Zeit dahin raffen. Brutalste Regime alles. Und was hier aber jetzt neu dazu kommt, ist, dass es von Jahr zu Jahr exponentiell schlimmer wird und dass es einen Kipppunkt gibt. Das heißt, es wird keinen Punkt mehr geben, ab dem man sagt, ja, okay, das war richtig katastrophal, es sind Millionen Menschen gestorben und dann hat es halt wieder irgendwie geklappt, dass es weiter ging und wir haben uns erholt und es ging weiter, sondern es gibt einen Kipppunkt, ab dem verlieren wir die Kontrolle. Das ist das, was Sir David King meint mit den drei bis vier Jahren, in denen sich das jetzt entscheidet. Weil dieser Kipppunkt, der bedeutet im Klimasystem der Erde, dass wir eben das Eis so weit zum Schmelzen gebracht haben, dass die Arktis ganz schmelzen wird. Dass wir die Böden in Sibirien, die eigentlich permanent im Jahr gefroren sind, so weit erhitzt haben, dass dort weiteres Methan aus den Böden kommt und die Erde eben weiter erhitzt. Methan ist um ein Vielfaches stärker im Treibhauseffekt. Das bedeutet, wenn wir den Amazonas zum Beispiel, die Lunge der Erde auch genannt, haben wir jetzt gerade an einem Punkt von zwischen 17 und 18 Prozent Abholzung etwa und irgendwo zwischen 20 und 25 Prozent liegt der Punkt, ab dem kann sich das Ökosystem wohl nicht mehr regenerieren und wird gänzlich eben als solches kollabieren, weil wir zu viele Eingriffe hatten, weil wir es zu weit getrieben haben, weil wir die Erhitzung zu weit getrieben haben, wird irgendwann der Effekt umgekehrt davon, dass Kohlenstoff senken, zu Quellen werden. So, und diese Effekte, diese Kippelemente zusammengerechnet, bedeuten eben einen Kipppunkt, wo wir nicht genau ausmachen können, ja, der wird jetzt in genau dem Monat so passieren und wir können jetzt sagen, an diesem Tag ist er geschehen, wo wir als Menschheit die Kontrolle verloren haben darüber, ob es sich weiter erhitzen wird, aber wir können uns halt angucken, was wir wissen und eine Risikoabschätzung machen und da ist einer der besten Menschen, der sich auskennt, Sir David King, drei bis vier Jahre haben wir noch, die über die Zukunft der Menschheit entscheiden, weil wir gerade weiter wandeln auf dem Kurs der Zerstörung. Die Emissionen sind gestiegen dieses Jahr und jedes Jahr sind sie gestiegen, mit Ausnahme von dem letzten, mit der Corona-Pandemie und jetzt möchte ich mal eins von zwei Schaubildern, die ich heute mitbringen möchte, eins von zwei Schaubildern kurz darstellen, also wir haben hier einen Abhang und ein Ball rollt den Abhang hinunter, ein Kind hat es beim Spielen, ist der Ball an die Seite geflogen und das Kind rettet jetzt hinterher, um diesen Ball noch zu bekommen. Und vielleicht schaffst du es an Punkt eins oder an Punkt zwei, aber dann ist der Ball zu schnell und rollt runter, dann kann man den Ball nicht mehr aufhalten, nicht mehr fangen, bevor er den Abhang hinunterrollt, weil er zu schnell ist. Nur an Punkt drei schafft man es, den Ball noch zu halten, noch zu fangen und es gibt keinen den Ball irgendwie so halb fangen, das ist schwarz oder weiß. Also entweder man kommt rechtzeitig an, um den Ball noch zu fangen oder man ist vielleicht ein bisschen schneller gewesen als in einem anderen Gedankenexperiment, in einem anderen Versuch, aber man hat ihn trotzdem nicht gefangen. Man kann den Ball nicht halb fangen. Es ist schwarz oder weiß. Und ich glaube, das ist wirklich, wo wir auch unser Verständnis hinbekommen müssen. An dem Punkt ist es für uns als Gesellschaft für uns als globale Gesellschaft halt ein schwarz oder weiß, ob wir es schaffen, den zu fangen oder nicht. Und es klingt erstmal vielleicht in den Zeiten jetzt irgendwie beruhigend, wenn ja wenigstens ein paar Schritte gemacht werden, wenn es sich wenigstens etwas bessert, in die richtige Richtung bewegt, aber Punkt zwei ist kein Stück besser. Es ist genauso tödlich, genauso nah an der Vernichtung und moralisch verwerflich, also als Ziel zu haben, wie Punkt eins. Punkt zwei ist nicht besser als Punkt eins. Wir müssen an Punkt drei kommen. Drei bis vier Jahre, sagt Sir David King. Und um an diesen Punkt zu kommen, müssen wir halt schauen, braucht es gewagte Schritte, aber wir können uns nicht leisten, es als Ziel zu nehmen, was weniger ist als Punkt drei. Das heißt, wir müssen Punkt drei als Ziel haben und das bedeutet mit dem Problem, was wir vor unseren Augen haben, diesem Ball, also dem sozialen Zusammenbruch infolge der ökologischen Katastrophe, die Ökosysteme, ja auch das Artensterben und die Erdüberhitzung, mit dem verbinden wir jetzt die Vision, dass wir das noch schaffen aufzuhalten. Also wenn deine Kinder im ersten Stock im brennenden Haus auf dem Balkon schreien um Hilfe, dann tust du alles, um sie zu retten, dann gehst du da rein und holst sie da raus. Dann denkst du gar nicht irgendwie lange drüber nach, dann weißt du, das ist jetzt das Richtige und das werde ich tun, auch wenn es mit Risiken verbunden ist und wenn nicht ganz klar ist, wie es ausgeht. So, und das bedeutet, wir brauchen eine Wiederbelebung, eine viel stärkere Bewegung als das, was wir gerade sehen, um effektiven zivilen Widerstand mit vielen Menschen zu leisten und unsere Regierung dazu zu zwingen, die Gesetze zu erlassen, die es braucht, die Systeme zu verändern und ja, letztendlich eine dramatisch schnelle Dekarbonisierung unserer Systeme. Es liegen ja eigentlich alle Lösungen auf dem Tisch, was man zu tun hätte, aber es gibt eben politische Mächte, die dem entgegenstehen und ja, man kann, glaube ich, glaube ich wirklich an diesem Punkt in der Geschichte nicht umhin, entweder sich diesen Mächten halt entgegenzustellen und zu sagen, mit friedlichem Ungehorsam haben wir eigentlich als Bevölkerung das Sagen und wir wollen nicht, dass unsere Kinder verhungern oder diese Kriege und diese Vernichtung miterleben müssen in dem Ausmaß und vieles ist schon eingeloggt, vieles ist schon fest, aber wir wollen den Ball noch versuchen mit allem, was wir können, zu fangen oder wenn wir das nicht tun, dann wird es nicht von alleine passieren, dass diese Veränderung stattfindet. Wir haben jetzt in diesem Jahr, jetzt beginnt, ich glaube, morgen beginnt in Glasgow der 26. Weltklimagipfel, COP26, das heißt, wir haben schon 25 dieser Gipfel gehabt, in denen die Regierungen gesagt haben, ja, wir müssen, das ist irgendwie ein Problem und wir müssen da was tun und die Emissionen sind jedes Jahr weiter gestiegen. So, es wird nicht passieren mit den Menschen, die gerade das Sagen haben darin, wie es läuft, das heißt, wir wollen das effektivste Mittel des zivilen Widerstands dem entgegensetzen und da kommt es jetzt zum zweiten Teil, der Aufstand der letzten Generation. So, wir sind die Letzten, die es halt jetzt noch ändern können, ist irgendwie, kann man sich jetzt freuen, dass man eine klare Aufgabe hat oder man kann sich ärgern, dass es gerade an uns ist, aber ausweichen kann man dem nicht, weil wenn man dem ausweicht, ist es trotzdem da, wir sind hier, auch wenn wir nicht mit vielen Leuten hier gerade zusammensitzen, auch wenn nicht viele Leute vielleicht gerade zuschauen, die wenigen, die wir hier sind, wir wissen um das Problem und deswegen haben wir die Verantwortung jetzt zu handeln und wir sind die Letzten, die werden handeln können. Drei bis vier Jahre, sagt Sir David King. Und deswegen wird der Aufstand der letzten Generation im neuen Jahr mit 100 Leuten es zum Ziel haben, Autobahnausfahrten zu blockieren und große Bundesstraßen zu blockieren und zu fordern, dass sofort, um die Ernährung unserer Kinder in der Gesellschaft sicherzustellen, ein Lebensmittelwegwerfgesetz auf den Weg gebracht wird, was sofort die überflüssigsten aller Emissionen beseitigt und eine gesamte Wende der Art und Weise, wie wir Essen produzieren, einleitet. als sofortige Schritte, um noch dahin zu kommen. So, und da werfen sich jetzt vielleicht einige Fragen auf, ne, warum diese Aktion und die Forderung und dieses Framing und da möchte ich vielleicht zuerst einmal historisch an einen Punkt uns zurückbringen, der in einigen Punkten vielleicht uns nicht ganz unähnlich jetzt gerade ist und das ist die Bewegung, die Bürgerrechtsbewegung in den Vereinigten Staaten von Amerika in Jahre 1961, die Freedom Riders, ist vielleicht einigen den Begriff, also die Freiheitsfahrten dort und die Situation dort in der Bewegung war so eine, dass man gerade diese Montgomery Bus Boykotte gehabt hatte mit Rosa Parks, ist vielleicht einigen Begriff, die sich weigerte dort aufzustehen in den Bussen, auch wenn sie dort die Regeln missachtete und dann dazu aufgefordert wurde und das ist so ein bisschen dieser jetzt geht's los Moment nach den stillen 50ern dort, den wir vielleicht mit Fridays for Future hier so ein bisschen hatten und danach, zwei, drei Jahre danach, ist alles so ein bisschen aufgedröselt, es gibt strategische Uneinigkeit, es ist irgendwie demoralisiert gerade die ganze Bewegung und nicht so richtig klar, wo geht's jetzt hin und was soll überhaupt passieren und dann gab es eine kleine Gruppe von Menschen, die hat sich zusammengesetzt, also es waren 24 dann geplant, hat es eine kleinere Gruppe, 24 Leute haben sich dann zusammengesetzt und die sind eben in Bussen in den Süden der USA gefahren, um dort die Gesetze der Rassentrennung zu brechen und das heißt, sie hatten eine Aktion, die ziemlich krass war, es war ein ungewisser Ausgang, weil dort war ein unglaublicher Rassismus, der zu der Zeit wütete, der Kuckucksklan auf in großer Blüte und diese Menschen wurden dann verprügelt, die Busse angezündet und es kamen aber weitere Busse, es kam noch ein Bus und noch ein Bus, nach einigen Wochen kam der zweite Bus, dann direkt ein paar Tage später der dritte, dann der vierte, der fünfte, dann ging es schnell und es waren am Ende 400 Menschen, die ins Gefängnis gesperrt wurden und das Ganze war als Kampagne einfach nur mit der Forderung verbunden, dass man dort in den Bussen so zusammen würde sitzen dürfen, eigentlich nur recht umgesetzt, was schon klar war, der Supreme Court, das oberste Gericht, hatte schon entschieden, dass man nicht nach Hautfarbe diskriminiert werden dürfte auf den Reisen und es ist zu einem Zeitpunkt gekommen, in dem Kennedy, der Präsident der USA gerade am allerliebsten einfach nur gemütlich seine außenpolitischen Sachen, Kalter Krieg, Verhandlungen in Wien mit Khrushchev dort gemacht hätte und es passt ihm so gar nicht rein, zu dieser Zeit diese Freedom Riders dort zu haben, weil das beschädigte den Ruf des schönen so freien und liberalen Amerikas und die Titelseiten der Welt waren davon gefüllt, dass dort blutende Schwarze zu sehen waren, das heißt, es war zu einem Zeitpunkt der strategischen Schwäche des Gegenübers, in dem die Leute diese Kampagne ganz bewusst dort führten, weil es nicht würde ignorieren können, es würde nicht weitergehen können, er rief dann ganz wütend an und sagte stoppen Sie das und davon ging eine Wiederbelebung der Bewegung aus von diesen Freiheitsfahrten, die später zu den Erfolgen in Selma und in Birmingham führten, dass es diese Bewegung dann erreichte, was man heute vielleicht noch kennt. Und das heißt, nur noch mal um kurz zusammenzukommen, bei einigen Sachen sich ähneln, ist natürlich nicht alles gleich, aber die Dynamiken sind immer wieder in der Geschichte zu entdecken. Es ist eine kleine Gruppe von Menschen, mit denen es beginnt, mit denen hat es genauso begonnen bei Fridays for Future, bei Extinction Rebellion, bei Greenpeace. Es ist eine kleine Gruppe von Menschen, mit denen es beginnt. Die entschließen sich, eine waghalsige Aktion zu unternehmen. Die Aktion ist auch daran gekoppelt, viel mehr Menschen von der Aktion wissen zu lassen und auch sie teilnehmen zu lassen. Das heißt, Aktion und Mobilisierung sind aneinander gekoppelt, die weiteren Busse, die runterkommen und es ist mit einer einfachen Forderung verbunden. Niemand hat zu der damaligen Zeit behauptet, dass der grassierende Rassismus im Süden der USA tatsächlich dadurch irgendwie aufgehoben würde, dass man dort es erlaubt, dass die Leute zusammensitzen in den Bussen. Aber es war ein Schritt, der der Bewegung einen moralischen Sieg geben konnte. Und wir wollen diese Dinge auch vereinen und wir sagen, es ist eine kleine Gruppe, es sind vielleicht gerade die Menschen, die hier zuhören, die hier im Raum sitzen, die am Anfang loslegen, die mit all der Sorge, die wir im Herzen bewegen, sagen, furchtlos, ich möchte das jetzt tun und diese Menschen werden in eine Aktion gehen, in der Störung und Opferbereitschaft verbunden sind. Das sind, wenn man sich historisch anschaut, ich dachte zuerst, ich studiere Politikwissenschaft und dann habe ich gemerkt, das führt mich nirgendwo hin, was ich studiere. Und Gruppen auch in verschiedenen anderen Ländern der Welt, was sind denn so Sachen, einige Bücher gewälzt und so, was sind denn Sachen, die man an Dynamiken feststellen kann. Opferbereitschaft und Störung ist die Verbindung von den zwei Hauptelementen, die es schaffen, auszusortieren, welche Versuche, die Gesellschaft schnell ins Progressive zu verändern, scheitern und welche gelingen können. Störung, große Störung und Opferbereitschaft und das bedeutet, wir gehen mit Namen und Gesicht dahin und wenn wir weggenommen werden, weggetragen werden und wieder freigelassen werden, dann kommen wir wieder an diesen Ort, dann stören wir wieder den Verkehr ganz friedlich und wenn sie uns ein Gewahrsam nehmen und rauslassen, dann kommen wir innerhalb von zwei Tagen wieder an diesen Ort und wieder und wieder bis sie uns weil ihre bisherigen Mittel nicht ausreichen und die Störung aber unterbunden werden muss eventuell auch für einige Wochen inhaftieren und das Ganze koppeln wir damit, dass wir uns alle gut vorbereiten wollen, dass wir in Gruppen gehen, dass wir Trainings haben, dass wir strikt gewaltfrei sind und damit, dass wir nicht diese eine Aktion machen und dann nach Hause gehen und sagen, das hat sich irgendwie ganz gut angefühlt und ich selber habe das auch oft erlebt, selber ja auch viel mitgemacht davon, dass man eine Aktion macht und alles auch darauf fokussiert, diese Aktion schön und gut und so weiter zu machen und dann ist aber die Kraft alle und man klopft sich hinterher auf die Schulter sagt, irgendwie war die Aktion ja ganz toll aber was die Aktion ja eigentlich macht, ist erst mit steigt ein weil nur darüber dass wir es dann schaffen dass exponentiell nicht linear eben der nächste Bus und der nächste Bus kommen können wir einen Effekt kreieren der von diesem Wirbelwind ausgehend alle Menschen bekommen mit vom Hungerstreik alle Menschen bekommen mit von den Aktionen die dann dort massiv Grenzen überschreiten dürfen Leute stören dort den Autoverkehr und setzen sich da friedlich hin und das ist ja gar nicht im Autoland Deutschland diesen Wirbelwind den wir da kreieren den wollen wir auffangen um als solchen es eben ganz schnell gehen zu lassen dass viel mehr Menschen dazu kommen können und es genau eines dieser Elemente also wir hatten jetzt die kleine Gruppe die waghalsige Aktion also die Medien Aufmerksamkeit kreiert die wir brauchen wer glaubt um auf den Ball zurück zu kommen es wird bei allem Respekt ich bin auch gerne auf den Fridays for Future Demos immer dabei aber es wird nicht an Punkt 3 kommen oder ich zumindest kenne keine Erklärung warum wir eine BUND Aufklärungsarbeit jetzt in diesen Zeiten zu machen alles schön und gut aber wir müssen eben einiges wagen an diesem Punkt um noch ranzukommen um auch bewusst zu machen die Kinder dieser Gesellschaft wir als gesamte Gesellschaft wir wollen noch was zu essen haben und dann kommen wir an den nächsten Punkt und das ist der von der Forderung und da ist die erste Forderung die nach einem Anti-Wegwerf Gesetz von Lebensmitteln weil das die überflüssigsten Ressourcen sind und wenn man mal so wir haben mit einigen ExpertInnen gesprochen das lässt sich sowohl umsetzen es gibt in Frankreich schon so ein Gesetz vielleicht wissen das einige von Ihnen wo es Supermärkten ab einer gewissen Größe eben verboten ist diese Lebensmittel die noch gut sind weg zu werfen anstatt dass wir es wegwerfen und es ist die es ist absurd zu überlegen ein Drittel aller produzierten Lebensmittel wird nie gegessen das heißt eine massive Überproduktion an diesem Zeit an diesem Punkt und das Hauptding davon ist dass wir mit dieser Forderung etwas kleines gewinnbares haben was die Bewegung wieder einen unglaublichen Effekt kreieren kann moralisieren kann zu sagen ja geil man hat was gewonnen weil auch wenn es nur klein ist es geht von hier aus weiter wir sind als Bewegung ja bisher relativ schlecht darin auch Dinge zu gewinnen tatsächliche Gesetzesveränderungen zu gewinnen und es ist eine Forderung die bricht aus aus der Standarderzählung von ja wir haben hier Klimaschutz Arbeitsplätze aber was machen wir denn nun wir müssen jetzt loslegen wir müssen handeln und zwar müssen wir nachdem wir beginnen loszulegen auch richtig schnell weitermachen um noch an Punkt 3 zu kommen es geht hier gar nicht um Klimaschutz gegen Arbeitsplätze oder wie viel Verzicht und so weiter kein Mensch findet es wirklich gut dass wir Lebensmittel wegschmeißen in dem großen Maße das heißt auch konservative Menschen aller politischen Lager können sagen ja ich finde das richtig schlimm was diese Leute da in Aktionen machen ich unterstütze das nicht die hindern andere Leute daran weiterzufahren aber was sie da so fordern also eigentlich haben sie ja schon recht also diese Aktion wirklich wir werden das wird sehr umstritten sein aber die Forderung was dahinter steht das ist eigentlich no brainer da muss man eigentlich nicht nachdenken das zu machen ist ja wirklich eigentlich überfällig das da zu reduzieren die ganze EU hat pro Jahr so viele Emissionen durch die weggeworfenen Lebensmittel wie die Niederlande etwa und der ein ganzer Teil davon ist auch ein Einzelhaushalten aber der im Großverbrauch kann man eben schnell reduzieren wir haben dort schon ein Gesetz fertig vorformuliert was man nur umsetzen muss das heißt die Kampagne wird auch diszipliniert sagen wenn das umgesetzt wird dann können wir diese Störung hier beenden wir wollen doch nur dass diese Gesellschaft hier das Recht was wir schon haben durchsitzt nämlich das darauf dass wir noch weiter zu essen haben dass unsere Lebensgrundlage geschützt ist dass auch all die katastrophalen Folgen abgeschwächt werden indem wir jetzt konkrete Schritte ergreifen die große Zerstörungsmaschine konventionelle Landwirtschaft abgewickelt wird und wir sagen der Bürgerrat Klima also das geloste zusammengetretene Gremium wo unsere Bevölkerung im Kleinen repräsentiert schon einmal überlegt hat okay wenn wir uns die Fakten anschauen was machen wir da denn jetzt diskutiert hat die kam auch zu dem Schluss wir müssen bis 2030 die konventionelle Landwirtschaft abwickeln und das passt natürlich denen die momentan das sagen haben bisher noch gar nicht rein aber das ist eben der Punkt wo wir sagen können es geht gar nicht darum wie sehr du in irgendwelchen politischen Milieus jetzt hier oder da warst oder bist es geht einfach darum dass wir unser Grundprinzip auch als Gesellschaft dass wir überleben wollen dass wir weiterleben wollen dass unsere Kinder noch leben können und auch dass wir in einigen Jahrzehnten es nicht richtig mit Nahrungsmittelknappheit sozialer Spaltung und Kriegen zu tun haben in unserer Nähe das wollen wir und das wollen wir über eine Sache die ist doch eigentlich für alle verständlich wir wollen dürrer resistente Landwirtschaft und wir müssen da die Emissionen krass reduzieren und das bedeutet man hat natürlich nur einen Bereich der Bürgerrat Klima macht fünf Bereiche auf und Ernährung und Landwirtschaft ist dann nur der eine Bereich und wir sehen aber wir müssen strategisch schlau sein mit unseren Forderungen und in der Klimabewegung glaube ich käme es gewiss irgendwie erstmal würde es sich besser anfühlen könnte ich auch nachvollziehen sozusagen wir wollen alles jetzt die Revolution und zwar morgen und das fühlt sich erstmal gut an aber damit kommt man dann in unserer Gesellschaft vielleicht erstmal eben an einen Punkt in der Sackgasse ab dem man es nicht schafft diese Eskalation aufrecht zu erhalten davon dass über Aktion und Mobilisierung mehr Menschen dazukommen weil wenn wir es schaffen dieses Gesetz zu bekommen dass es umgesetzt wird dann können wir einen Sieg deklarieren überall ins Land ziehen und Zellen des Widerstandes aufmachen weil wir das System weiter verändern müssen weil es damit nicht getan ist und in einigen Wochen wiederkommen mit fünf sechs zehnmal so vielen Menschen und wenn sie nicht darauf eingehen das ist die Dilemma Situation die wir bringen wenn sie darauf eingehen haben wir gewinnen wenn sie nicht darauf eingehen dann sperrt die neue Bundesregierung zu Beginn ihrer Amtszeit während sie sich als die Klimaregierung der Klimakanzler Scholz und der Aufbruch der jetzt kommt versucht zu framen hunderte junge Menschen weg das einzige was diese Menschen gefordert hatten ist dass sie noch was zu Essen haben werden in Zukunft dass wir die Emissionen krass reduzieren in dieser Zeit über Sachen die eigentlich No-Brainer sind über die man eigentlich nicht nachdenken muss und an diesem Punkt mit der Forderung und auch dem Framing davon das geht uns alle was an das ist keine Sache für irgendeine Blase in unserer Gesellschaft es geht uns alle was an wollen wir die Menschen natürlich dann während Leute weggesperrt werden oder in Aktion treten vor den Kameras haben die sagen ja ich bin hier Betroffene aus dem Bereich auch der Landwirtschaft wo ich sehe wie kaputt zerstörerisch das ist die Expertinnen die sagen natürlich das kann man sofort umsetzen so ein Anti-Wegwerf Gesetz da sprich eigentlich nichts dagegen so dass klar ist die Aktion dafür werden wir gehasst aber die Forderung ist in der neuen Bundesregierung dann eben dieses Dilemma aufzubauen wir planen gerade damit ab der zweiten Januar Woche in diese Aktion zu gehen und es gibt natürlich aber in etwa zwei Wochen habt ihr auch mitbekommen gehe ich von aus ein Gespräch mit dem kommenden Kanzler Olaf Scholz der die letzte Generation dort trifft also die zwei Menschen die am Ende vom Hungerstreik an ihnen werden am 12. November ist das live auch online zu sehen ab 16 Uhr und man kann also im Hungerstreik auch schon sehen es ist eine kleine Forderung eigentlich ein Gespräch was ändert ein Gespräch aber setzt eine Dynamik frei wenn man es schafft dieses zu bekommen und wenn man es schafft dass der Diskurs losgetreten wird dann kriegt man vielleicht am Anfang nur das Finger glied des Gesprächs wenn man eigentlich den ganzen Körper bewegen will aber kann dann beim nächsten Mal die Hand ziehen den Arm ziehen und dann den ganzen Körper bewegen was wir viel sehen in der Geschichte bei Kampagnen die schnelle Veränderungen schaffen ist dass es innerhalb von wenigen Monaten geschieht das heißt all unser ja unser deprimiert sein darüber dass es nicht passiert gerade was ich auch spüre das heißt aber nicht dass es nicht möglich wäre also niemand weiß ob dieser Plan das jetzt hier schafft aber die Frage die wir jetzt uns in diesem Moment gerade stellen ist doch was denn dann also was dieser Plan gibt uns keine Garantie darauf dass irgendwas davon Erfolg haben wird aber was tue ich denn sonst in den nächsten Monaten wenn nicht das und damit haben wir das finde ich immer ganz inspirierend ich bin ja selber über den Satz auch reingekommen zu Extinction Rebellion vor etwa zwei Jahren dass gesagt wurde die Hoffnung stirbt die Aktion beginnt Hope dies Action Beginns aber das heißt natürlich weder dass man kopflos in Aktion treten sollte das heißt auch wir haben diese kleine Gruppe von Menschen die sich strategisch das Ganze angeschaut hat von klugen Köpfen die diesen Plan entworfen haben und das heißt andererseits Hope dies Action Beginns Hoffnung stirbt die Aktion beginnt jetzt auch nicht dass mit dem Tod der Hoffnung irgendwie alle Handlung eben versickt sondern wir sagen es geht mir nicht umdrücken wir schaffen das sondern ich nehme es jetzt einfach selbst in die Hand wenn die Kinder im ersten Stock auf dem Balkon stehen im Flammen stehenden Haus dann unternehme ich was dann hoffe ich nicht also Hoffnung als Konzept ist hier vielleicht gar nicht so wichtig so relevant vielleicht ist es eher Mut in diesem Moment als Konzept was für uns wichtig ist und dann sehen wir wenn wir in sich zusammenraufen die Pläne schmieden einige gar nicht so unähnlich Leute die zum Schluss kommen okay wir müssen wohl auch unterbrechen wir müssen friedlichen ungehorsam wohl auch mit einer gewissen opferbereitschaft machen dafür dass mein Job gerade meine finanziellen Rücklagen mein eigentlicher Plan für die nächsten Monate mein Studium meine Schule jetzt gerade beiseite stehen und ich jetzt gerade diese Kampagne machen und das sehen wir in vielen Ländern und genau ich will nur noch darauf eingehen wir sehen wenn es passiert dann passiert es halt schnell und in so einem gewissen Wirbelsturm in so einem Fenster wo sich Leute plötzlich fragen oh es ist ja doch viel mehr möglich was ich bisher gedacht hatte wie ist denn das passiert und das haben wir immer wieder erlebt auch in der Geschichte 2011 der arabische Frühling ist durch viele Länder geschwappt 1989 1968 es gibt immer und auch immer verschiedene große Wellen aber es ist wenn es in einem Land beginnt dann häufig so dass der Effekt überschwappt das heißt was wir schaffen können ist jetzt nicht nur ja Deutschland aber was macht denn Deutschland ist ja auch nur ein Teil sondern es hat wirklich eine Chance dass dann in vielen westlichen Ländern Menschen die ihre Regierung unter Druck setzen und die Frage stellen wollen wir eigentlich leben oder wollen wir in die Vernichtung also erleben wir entweder die größte für mich vorstellbare das größte für mich vorstellbare Verbrechen weil wir wissen eigentlich was passiert und es wird trotzdem weiter betrieben die größte Vernichtung oder finden wir noch einen Weg daraus und das heißt nicht dass es alles sofort wunderbar sein wird aber das heißt dass wir als Gesellschaft zeigen wir sind eigentlich doch in der Lage und wollen überleben und da will ich noch eine zweite Sache aufzeichnen weil häufig dann so ein pessimistisches Menschheitsbild Bild des Menschen generell in den Köpfen ist wenn man sich denkt ja aber vielleicht ist die Gesellschaft gar nicht bereit und ich sehe das ja gar nicht dass sie bereit ist also das zweite Bild was ich male ist so ein Raum Gefängnis Leute sind da drin zumindest eingesperrt und diese ganzen Leute die tropten da einfach drin so umher das ist wie wenn wir uns umschauen wir sehen überall ja die Leute gehen irgendwie auf der Straße lang hier mit ihren Kopfhörern da in der Bahn hier im Auto die Leute die die fliegen die essen die und man könnte sich manchmal so aufregen und so deprimiert sein warum passiert denn nichts und man sieht aber alles es geht weiter alles schreiten so lang und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten so ein bisschen was da passiert eigentlich in den Köpfen der Menschen ist entweder ja ist mir alles scheißegal soll doch halt so weiter gehen und das ist quasi man kann von außen sagen ja okay weil sie alle nichts tun komme ich zum Schluss die wollen ja auch alle nichts tun aber man kann wenn man nur beobachtet dass sie nichts tun nicht wissen ob es nicht auch eine gewisse Unterdrückung gibt von eigentlichen Wünschen nach Handlung das heißt es gibt so ein collective action problem ich sehe nichts passiert und niemand macht was und deswegen mache ich auch nichts und es geht mir aber damit nicht gut und die psychischen Krankheiten auch die Ängste die steigen ja gerade enorm an in unserer Gesellschaft eine Studie hat noch mal gezeigt vor etwa eineinhalb Monaten rausgekommen global insgesamt sind gerade die jungen Menschen von unfassbaren Ängsten heimgesucht die Hälfte der jungen Menschen hat täglich Ängste in Bezug darauf was die Klimakatastrophe mit sich bringen wird und was das Regierungsversagen eben im Angesicht dessen ist und das heißt wenn wir diesen Raum haben von dieser unterdrückten Wut Angst Trauer Bedürfnis dass was passiert was irgendwie immer mehr wächst aber es passiert nichts und niemand macht was dann bedeutet das wenn aus diesem Gefängnis vielleicht jemand die Tür aufmacht vielleicht auch nur einen Spalt aufmacht da gibt es die Chance dass sich was entlädt was man vorher gar nicht gesehen hat das heißt dann strömen diese Menschen plötzlich dadurch durch diesen Spalt dann ist plötzlich viel mehr Bewegung drin und plötzlich handeln dann Menschen in die Richtung weil es diesen Anstoß gegeben hat und weil es diese Öffnung gegeben hat weil die Unterdrückung all die Sachen die Menschen nicht haben zulassen wollen auch bei sich selber nicht die die Gesellschaft sie nicht hat machen lassen die finden plötzlich einen Ausweg und man frisst sie nicht mehr in sich hinein sondern man kann sie nach außen bringen und da müssen wir eben dafür sorgen dass das nicht erst in zehn Jahren dann auf gewaltsame Art und Weise geschieht und wir in den Bürgerkrieg ähnliche Zustände geraten sondern dass das sich entlädt all die Wut die Trauer die Angst die Emotionen die vielleicht auch ihnen gekommen sind wenn wir im Teil der Klimakatastrophe uns damit befassen was auf dem Spiel steht dass all die Treiber dafür sind dass wir handeln und ja zum Schluss vielleicht nochmal hier zum Raum zurückgekehrt sind wir hier gerade vielleicht eben die wenigen an denen es liegt und wir wollen das habe ich ja schon mal gesagt wir versuchen auf 100 Menschen zu kommen wir haben mal überlegt man bräuchte wenn in jedem Meeting zwei Leute sagen sie sind dabei halt 50 Meetings und es ist keine einfache Entscheidung zu sagen ich bin bereit in wiederholte Störaktionen zu kommen auch auch wenn ich also bis ich eben inhaftiert werde für einige Wochen und es ist aber vielleicht gerade jetzt eben die Frage was möchte ich sonst tun was ist eigentlich für uns in dieser Situation auch gerade wirklich wichtig weil wenn wir uns anschauen für uns ist es kein Lebensrisiko diese Aktion jetzt zu machen wie ist das in dem Ausmaß in dem es das für alle für ganz viele Menschen in ganz vielen Ländern wäre wir gehören zu den drei Prozent etwa die global nicht um ihr Leben fürchten müssen wenn sie gegen die Autoritäten im Land gerade jetzt aufstehen und sowas ist sowas ist schon dabei also natürlich müssen wir uns vorbereiten aber ja vielleicht lese ich einfach mal ich weiß nicht genau gebe ich einfach mal weiter an Personen ich lese kurz vor was eine Person formuliert die sich überlegen kann dabei zu sein und dann gebe ich nochmal ab und Melli erzählt vielleicht kurz noch was ich bin dabei ich möchte in dieser turbulenten und schwierigen Zeit ein entschlossenes Zeichen setzen ich bin dabei getragen von konsequenter Gewaltfreiheit und dem Mut als Teil der letzten Generation gegen die Vernichtung im Zuge des Zusammenbruchs aufzustehen wenn die Geschichte nach uns allen ruft dann muss wohl jemand rangehen es ist keine einfache Entscheidung aber ich werde im Januar dabei sein auch wenn ich Sorge habe denn der Schritt liegt außerhalb der Komfortzone werde ich das Notwendige tun das ist es was es für mich gerade bedeutet hier ein Mensch zu sein und lebensfroh und unbeugsam der Plan hat glaube ich die Chance was zu bewegen ich möchte es versuchen was ist denn schon dabei ich werde mich gut vorbereiten ich habe Angst ich habe Sorge aber habe eigentlich nichts zu verlieren ich habe eigentlich wenig zu befürchten ich bin auch Teil des Teams was sich so strategisch überlegt wie wir diesen Plan umsetzen oder den Plan aufgesetzt hat mit und ich weiß noch Henning mich damals angerufen hat ich war gerade bei meinen Eltern zu Hause und wir haben eine Familienfeier gehabt und ich bin in ein anderes Zimmer gegangen und ich fühle auch immer so ich habe keine Hoffnung mehr dass wir in der Situation in der wir jetzt sind oder mit der Politik die wir jetzt haben mit der Regierung die wir haben dass wir irgendetwas noch retten können ich habe da null Hoffnung und oft auf Aktion ich bin jetzt viel auf Aktion von Extinction Rebellion wenn ich da die Menschen sehe und von vielen so diese Energie spüre ich wirklich was verändern wollen dann kriege ich wieder so einen Funk und Hoffnung dass wir vielleicht mit diesen Menschen etwas verändern können ich glaube nicht an eine politische Rettung so und genau so ähnlich ging es mir damals als Trenny mich angerufen hat und von diesem Plan erzählt hat und ich war sofort Feuer und Flamme auf gedacht ja das ist gerade das wo ich sehe und das ist das woran ich mich klammere und das ist das wo ich mitmachen möchte und genau ich treffe noch strategische Abwägungen ob ich im Januar bereit bin ins Gefängnis zu gehen oder nicht zum einen sind das noch Entscheidungen die mein Umfeld betreffen wie gut mein Umfeld damit klarkommt und vor allem auch genau wir wollen Aktion und Mobilisation koppeln an welcher Stelle ich gerade am meisten ausrichten die fahren selber in Aktion oder bei der Mobilisierung die eben auch während der Aktion während Menschen sich da auch auf hochbereit hinsetzen genau die Mobilisierung muss eben in der Zeit weiter gehen und ich kann kurz vorlesen was ich dazu geschrieben habe meine Motivation dabei mitzumachen mein Leben lang bin ich davon ausgegangen dass es das beste für meine Zukunft wäre wenn ich mich in der Schule anstrenge eine gute Berufsausbildung die Klimakrise bedroht ist und die durch deren Folgen nie wieder die gleiche sein wird und doch handeln wir nicht sondern scheinen alle gefangen zu sein in diesem System und drehen uns weiter im Kreis die Ungerechtigkeit auf dieser Welt ist so stark dass sie kaum auszuhalten ist ich bin nicht mehr bereit jeden Tag aufzustehen und das auszuhalten und mitzumachen bei der Zerstörung unserer Welt sondern ich und mitzumachen und mitzumachen Vielen Dank.